Und nun zum nächsten Big Brother Award in der Kategorie Wirtschaft, die Laudatio hält Sönke Hilbrans von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Und nachdem ich ihn in den vergangenen beiden Jahren fälschlicherweise beide Male zum Vorsitzenden dieser Vereinigung gemacht habe, tue ich das nicht und schaue Sönke tief in die Augen. Ich denke, wenn ein Zwischenvorsitzender der DVD wäre, hätte er mir das signalisiert. Also jetzt der Wirtschafts Big Brother Award mit Sönke Hilbrans von der DVD. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich war sechs Jahre lang Vorsitzender. Danach übernehme ich dann unsere Rolle beim Big Brother Award. Die zweite gute Nachricht, es gibt kürzere Laudationen. Jetzt kommen wir gleich zur Sache. Der Big Brother Award in der Kategorie Wirtschaft für 2013 geht an eine gute alte Bekannte von Ihnen oder jedenfalls an Ihre Töchter. An die Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG vertreten durch Ihre Geschäftsführer den Herrn Josef Gatzek und den Dr. Frank Schlein. Wofür? Für den Aufbau der wohl mächtigsten Adress-Datenbanken-Familie in Deutschland. Unsere Preisträgerin ist die Tochter einer berühmten Mutter der guten alten gelben Post, heute bekannt als Deutsche Post AG. Sie hält sich unbescheiden selbst für eine ganz starke Marke im sogenannten Adressmanagement nicht ohne Grund. Denn sie ist Gebieterin über eine Datenbasis, die es absolut in sich hat. Mehr als 8 Millionen Menschen wechseln jährlich in Deutschland ihre Postadresse und etwa 4 Millionen davon erteilen der guten alten gelben deutschen Post einen Nachsenderauftrag. Dabei erklären sich die meisten damit einverstanden, dass ihre neue Adresse an Dritte, die die alte Adresse schon haben, weitergegeben wird, wenn sie nicht ganz ausdrücklich gegen diese Einwilligungen widersprechen. Mit diesen Angaben füttert die Deutsche Postadress GmbH & Co. KG, die Datenbank Postadress Move, welche die Preisträgerin, entschuldigen Sie das hässliche Wort, vermarktet. Selbst Schuld werden Sie vielleicht jetzt denken, weil Sie ja immer gut auf Ihre Daten aufpassen, niemals einen Nachsenderauftrag erteilen würden, auf jeden Fall immer alles das Kleingedruckte lesen, damit Sie der Weitergabe Ihrer Adresse ja auch ausdrücklich widersprechen können. Und Sie fühlen sich sicher dabei, aber auch wer keinen Nachsenderauftrag erteilt hat, ist damit unserer Preisträgerin nicht entkommen. Circa 1,2 Millionen weitere Umflussadressen landen nämlich trotzdem in der Postadressdatenbank, etwa weil sie bei anderer Gelegenheit einem Mitglied der Postfamilie übergeben wurden oder weil sie in öffentlichen Verzeichnissen oder Melderegistern auftauchen. Und diese Datenbank wertet unsere Preisträger nämlich auch aus. So kommt also ganz schön was zusammen. Circa 9 Millionen Umflussdaten aus den letzten 24 Monaten stehen der Wirtschaft mit dem Angebot Postadress Move zur Verfügung, um die Datenbestände der Wirtschaft so richtig auf dem Laufenden zu halten. Gegen Entgelt versteht sich. Gegen Aufpreis geht mehr. Gegen Aufpreis können Sie Ihre Adressdaten bei einer Tochter unserer Preisträgerin noch mit über 5 Millionen zusätzlichen Adressdaten aus früheren Jahren abgleichen. Das nennt man dann Postadress Movers Plus. Unsere Preisträgerin bietet Ihnen zusätzlich an, von Bestattungsunternehmen angelieferte oder sogar selbst von Hand ausgegrabene Adressen Verstorbener und andere uns wohlstellbare Adressen aus Ihrem Telefonbuch zu tilgen. Nennt sich Postadress Clean. Wir hätten Postadress Wipeout vorgeschlagen oder Postadress Digit oder so. Aber kurz, also für jedes Anliegen ist unsere Preisträgerin die passende Adresse. Vom Einwohnermelderegister abfragen bis zu komplexen Adressen, Recherchen im früheren Wohnumfeld, Produktpalette, Adress Research können Sie fast alles buchen. Müssen wir da noch erwähnen, dass Problemfällen, sind Sie im Problemfall? Also müssen wir da noch erwähnen, ob Problemfällen gegen Bezahlung, Notfalls sogar hinterher telefoniert wird mit Erfolgsgarantie. Deswegen hatten wir auch vorhin gesagt, Handys ausschalten, Sie sollen mal Ruhe davor haben. Eine andere Tochter unserer Post bietet dann das Finish an und liefert Interessen an Trümpelung mit Telefon, Fax und Mobilfunknummern, angereicherte und aufpolierte Daten, eine sozioökonomische Bewertung des Wohnumfelds und dazu noch ein Produkt zur Bestimmung von adressbezogenen Zahlungsausfallrisiken. Haben wir nicht bereits im Jahr 2001 ein Big Brother Award für die Bildung von Scoring-Werten aus Daten über Wohnumfeld und Nachbarschaft vergeben? Schon ganz schön lange her. Wiederholung tut Not. Wir malen aber hier nicht mehr als nötig schwarz. Nein, es ist nicht die Preisträgerin. Es ist die Direktmarketing-Tochter der gelben Post, die sich rühmt, 19 Millionen Gebäude, 34 Millionen Haushalte und circa eine Milliarde sonstiger Zusatzdaten erfasst zu haben, sich der Ortskenntnisse von 80.000 Zustellerinnen und Zustellern bedienen zu können und so eine Datenbank zu füttern, welche über Altersstruktur, Familienformen, Kaufkraft, Gebäudedaten, Konsumvorlieben und das Verhalten im Versandhandel exzellent Bescheid weiß. Ihr Postbote das Auge und Ohr eines Scoring-Dienstleisters? Das haben Sie sich wahrscheinlich nicht gefragt, als Sie beim letzten Mal korrekte Angaben im Nachsendenauftrag machen, oder? Beschleicht Sie langsam das Gefühl, dass hier eine Jagd stattfindet? Die Jagd nach den aktuellsten Adressen, vielleicht die Jagd nach dem Konsumenten an sich? Am Anfang unserer Betrachtung haben wir es noch geschwärmt von einem freundlichen Nachsendingservice, von starken Müttern und großen Marken gesprochen, von der Einwilligung in die Nutzung von Adressen für die Aktualisierung von Daten bei denen, die sie ohnehin schon hatten. Vielleicht hat man aber die Angebote unter dem Firmen- und Familiendach, sozusagen in der generationübergreifenden Groß-WG der Deutschen Post AG, beim Thema Adressenservice nochmal weiter auf, eröffnet sich ein Universum, das Sie wohl nicht mehr freiwillig betreten würden. Langzeitbeobachtung, Wohnumfeldrecherche, Telefonrecherche, proaktive Adressenaktualisierung, Telefonnummernanreichung, alles aus einer Hand, eine schrecklich nette Familie, diese Posttöchter. Hände hoch, Widerstand ist zwecklos. Liebe Verbraucherinnen und liebe Verbraucher, Sie wollen mal umziehen, einfach nur aussteigen, verschwinden oder einfach nichts weiter als nur Ihre Post nachgesandt bekommen? Machen Sie sich nichts vor, Sie werden gefunden. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2013 in der Kategorie Wirtschaft, liebe deutsche Postadress, GmbH und Co. KG, Kopfgeldjägerin der Kundenadressen. Ja, recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Sönke Hilbranz, jemand da von der Deutschen Postadress? Nicht? Wollen wir nach seinen Antrag daraus schicken, ist so. Kavuşturmaya devam ediyoruz. Sınır tanımayan dost, Deutsche Post. Sizinleyiz. Sınır tanım avrund, Sınır tanım avrund, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Yo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017